Hallo und willkommen zurück zu Lego Marvel Super Heroes Und ja währenddessen hier die X-Welle X-Welle, genau eine Welle Die X-Villa angegriffen wird Ich eigentlich auf den Helicarrier Aber ich wollte eigentlich dieses Problem dort reparieren Wegen diesem komischen Rotorenblatt Aber jetzt komme ich hier nicht raus Okay, wir müssen uns wahrscheinlich jetzt einfach mal Out of bounds glitschen, oder? Schaffe ich das? Nein, du sollst Warum macht der denn so eine Rolle? Oh Leute, die können schweben Jetzt so und so Oh mein Gott Oh! Aus dem Gefängnis Easy Gut, und jetzt können wir einfach hier hingehen Weil wir haben ja jetzt Tor Und ich glaube, dafür braucht man ein Tor Für dieses eine Rotorenblatt Wovon labert ihr? So, wo haben wir Tor? Hier Gut, und jetzt fliegen wir auf dem Helicarrier zu Ach, die Mocke ist einfach geil Ich hab's vermisst Ich bin froh, dass ich endlich mal mir hier das Gegen zucken kann Oh, schicke Wolken Stimmt, eins hab ich noch gesagt Warum ich Ähm Diese Pause noch gemacht hab Und zwar war mein PC ein bisschen am Arsch, war So, der hat sich immer wieder selbst neu gestartet Was richtig auf den Sack ging Und Er hat irgendwie automatisch immer das WLAN deaktiviert Aber jetzt ist halt Glaube ich Zumindest gefixt So, du kannst doch auch Die Dinger Dort Auf Ähm Machen Mit deinem Laser, ja Auflasern Gott, ist das Teil laut Sorry, falls ich ein bisschen schreie Aber Ich Ich muss mich immer noch an diese Kopfhauer gewöhnen Da ist das für mich noch ein bisschen ungewöhnt Oh, die Mucke So Kann ich jetzt hier Ja, tatsächlich So Und funktioniert das jetzt? Jawohl Und ich hoffe jetzt kommt nicht immer diese Sequenz mehr Aber es war echt nervig Ah, und wieder alles friedlich Naja, jetzt erstmal noch nicht Weil wir müssen jetzt zu X-Villa Und da Brennt es Im wahrsten Sinne des Wortes Kurz mal hier noch alles aufdecken Von der Karte Damit wir so viel wie möglich finden Ist ja auch ganz wichtig Für die 100% So, jawohl Gott, das reicht aber auch erstmal Wurde ich will den Strand hier noch Einmal scannen Ja Passt doch jetzt, oder? Noch die Ecke hier Ah, guck mal Hätte ich das jetzt nicht gesehen Dann wusste ich da nicht, dass da noch ein Goldenen Stein ist Okay Hier muss ich irgendwas puzzeln Und Ah, ich kann Gedankenkontrolle machen Wie bei Loki Mit euren Kräften solltet ihr bestimmte Objekte bewegen können Ah ja, das ist Roda Warte Das ist doch Stanley Haben wir jetzt automatisch Stanley gerettet? Geredet, genau Ne, gerettet meine ich Sprechen habe ich immer noch nicht verlernt, oder? Das wäre aber nicht so geil Dann könnten wir nicht noch mehr Marvel sehen So, rein da jetzt in der X-Villa Xaviors Institut für Höheres Bildungswesen Wie der offizielle Name lautet Ist ein gewöhnliches Internat Doch in Wahrheit dient es auch als Heimat und Zuflucht Für junge Mutanten mit außergewöhnlichen Kräften In anderen Worten, die X-Men Los, wir müssen die Studenten retten Cyclops, Gene Ihr müsst alle gefangenen Studenten befreien Okay, das ist hier das Senat Für Mutanten, ne? Oh, gerade meine Nase Ähm, und das wird jetzt hier von Magneto angegriffen Ja, ja, ja Wieso können die sich nicht selbst retten? Die sind doch solche Mutanten Bruder Bewegt doch deinen eigenen Arsch, Alter Ey, die haben Kräfte Und können sich selbst nicht befreien Wow Also ich hoffe mal, die X-Männer sind gut Ich weiß ja nicht Wolverine ist einfach mit dem Ähm Tesseract Weggegangen Nur um den Die X-Männer zu geben Aber ich weiß nicht Ob das für den guten Zweck ist Oder für den schlechten Das werden wir ausfinden Okay, hier komme ich nicht durch Da geht wohl kein Weg vorbei Vielleicht wenn ich das hier kaputt mache Kann ich hier vielleicht eine Treppe bauen Geht das? Ja Das geht Das funktioniert aber Hä? Ist ja gerade aus dem Feuer gesprungen Da oben ist Deadpool Nice Deadpool ist auch irgendwie überall Ist das auch echt ein besonderer Kerl Und hier schneiden wir natürlich ein X rein Was auch sonst Und bam Los ihr Studenten Arbeiten weiter Studieren Wo kam der Juggernaut noch mal her? Kann sein, dass er aus irgendein Ähm Ne, ich weiß es nicht Nein, nein Ich höre auf zu grübeln Ich weiß es nicht Ganz ehrlich Ich weiß es nicht Oh, bekomme ich hier was? Ja, ein Minikit Gut, dass ich das gemacht habe Da ist er Aus dem Klo rausgefischt Ganz ruhig Mein großer Gut, wieder Hypton Hyptone Hypotonose Benutzen Wie wird das ausgesprochen? Hypotonose Hypotonose Ne Hyptose Ach, scheiß drauf Ach, scheiß drauf Ich bräuchte noch alle Stats Ja, komm, wir vergessen Da ist ja auch noch was Alles Stats muss ich ja haben Keine Sorge Milady Den Weg Werden wir gleich Aufbekommen Warte kurz Bitteschön Ach, jetzt muss ich hier noch Das wegbringen Den ganzen Schmutz Digga, was ist das für ein komischer Typ? Tod Also, von dem Will ich aber nicht angeleckt werden Aber Schicke Zunge Man nennt ihn auch Den Berliner Waschloppen Der Witz Der Witz Der Witz Der war so scheiße Okay, aber Jetzt runter mit dir Warte mal Wie kriege ich dich jetzt hier runter? Hä? Aha Storm Ist das irgendwie die Schwester von Thor? So Euch müssen wir auch noch hier rausbringen Weil ihr zu foe seid Ah, schlimm Schlimm, schlimm, schlimm Aber okay Ähm Aber da ist halt Feuer im Weg Aber wie soll ich das Feuer denn wegbekommen? Und hier brauche ich Eine andere Fähigkeit Habe ich aber nicht Ähm Oder Das ist doch einfach hier Das ist doch nur Lego Zeugs Können wir nicht außen rum gehen, oder was? Ich konnte nicht ein Charakter sich irgendwie Ah ja, genau Aber die Flammen bleiben leider Hm Äh, bin ich gerade zu blöd dafür? Oder gucken wir erstmal hier beim Piano Was? Warum tanzt die jetzt? Hallo, warum tanzen die jetzt alle? Hm Verrücktes Piano Aber wir haben einen Stuhl Ran damit Jetzt brauche ich immer noch das hier Wie bekomme ich denn das Wolle ich hier die Couch Kaputt machen? Nö Wohin auch nichts Hä? Oder kann sie irgendwie Das wegpusten Oder was weiß ich Ach, die kann über Brände Hinausschweben Ah, sagt das doch gleich Ah, so geht die Kacke Damit ist auch der letzte Schuh da drinnen Und dann kann Storm auch gleich mal hier ein bisschen Strom reinbringen Ja, versteht die, weil Strom und Storm Ist ja dasselbe Wort Hahaha Oh, Mann So, rein hier Flüchtlinge Oh Ich wollte gerade selber rausgehen Tja, auf einmal bauen die hier Halbe Berliner Mauer Verstanden Wir bewegen uns so schnell wie möglich fort Aber er könnte eine Weile dauern Das Wichtigste ist Die Schüler zu retten Denn wenn wir das nicht machen Kriegen wir kein Schulgeld mehr Digger Stell dir mal vor So, die Schule hat keine Schüler mehr Und jetzt kriegen sie kein Geld mehr Nein Wahrscheinlich halt einfach nur Um die Schüler zu sichern Okay, hier draußen ist auch Ziemlich viel Krawall Zu viel Meiner Meinung nach Ey Was geht denn hier los Pyro Oh, Iceman Komm schon, Iceman In das Feuer Iceman Und Jetzt kann ich auch mal Feuer hier wegmachen Endlich Endlich habe ich mal einen Zweck Shit, Jungs Ganz ruhig So, ich habe jetzt ein bisschen lauter gemacht Bei meinen Kopfhörern Das Ding ist Ich Selber Wenn ich das höre Bei meinen Kopfhörern Dann ist es eigentlich Recht okay Mit der Lautstärke Vielleicht Deswegen schrei ich auch so Ähm Aber ihr hört es wahrscheinlich ein bisschen leiser Das finde ich ein bisschen blöd Ey Geil Geh mal hier Was sind das hier für komische Aha Geil Eins von fünf Ich kann nicht mal beschreiben Was das sind Okay, Stanley Ich kann ihn leider nicht retten Ne, ich weiß wirklich nicht Was das darstellen soll So eine Art Adler Was weiß ich Drei von fünf Ne, Adler kann es ja gar nicht sein Ach, keine Ahnung Also die X-Männer sind mir generell gerade so Ein Thema Wo ich mir denke Was Was seid ihr Ah, er kann ja auch gleiten, oder Einmal hier rüber Lass mal euch noch entfernen Weil ihr Habt ihr nichts zu suchen Ey Du machst hier keinen Elektor-Schock Und da unten ist noch der letzte Zwei von Zehn Ich hab die Ice Golden Ne, warte Ich hab die Ice Gaten Bridge Gewort Gut Gut Der war jetzt auch nicht so geil Okay Ähm Und die Kacki noch aufschweifen Und rein da Muss ich immer hier die scheiß Drecksarbeit machen Naja Dann halt Mache ich hier alles für die kleinen Kiddies Vom Studenten sind doch keine Kinder mehr Okay Und Hypnose Du 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 Guck mal Ich könnte da noch mit Mr. Fantastic noch mal reingehen Oben Ja okay Das ist ja easy Das ist ja wirklich einfach Wer macht denn da die ganze Zeit diese Geräusche Ja jetzt springen da rein Was jetzt Ich fürchte eure Versuche mich aufzuhalten kommen zu spät Wenn ihr den Tesseract nicht rausrückt Wird euer wertvolles Zuhause zerstört werden Na verdammt nochmal Er will nicht nachlassen Gut Magneto Du willst es vorher nicht anders Oh Guck mal Er schält sich hier schon mal bereit Dann Bitteschön Ich weiß nicht mal wo das Level Ende ist Geht's ja hier immer noch weiter Okay Leute Kommt mal her Wo ist denn eigentlich der Eistyp Nein der ist hier drinnen Der ist hier Nein Der ist unter dem Boden Ist dein scheißernst Ach ich liebe dieses Spiel Okay Leute Aber dann würde ich hier erstmal den Part beenden Und ich werde speichern Dann das Spiel erstmal neu starten Und hoffentlich hat er sich danach befreit Ja hoffen wir es mal Ansonsten müsste ich das ganze Level nochmal neu starten Gut Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Haut rein Ciao ciao Das Spiel ist halt Tschüss Und das Spiel ist halt Bis zum nächsten Mal wieder Tschüss те Musik 的